Äh, da muss man auch röpsen. Wie mehr röpsen und dann noch das Nasen kippen. Ja, bei mir auch. Dann kriegt man vielleicht ein bisschen Sauchung. Weil mir kam es immer im Hals. Und dann tun wir das halt so an den Kind halten und dann kommt die Kohlenzörner raus. Und dann fühlt sich so anders duschen. Besser trinken mit Sonnabend! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020